Musik Ja, wir sind hier bei der Ortsfeuerwehr Bötersen, bei der Jahreshauptversammlung. Ich darf gleich dort in dem Saal hinter mir den Scheck für den zweiten Platz überreichen, in dem Wettbewerb Euer Einsatz für Niedersachsen. Und eine weitere Überraschung, von der Sie noch gar nichts ahnen. Wir haben hier ein Projekt auch gesetzt vor drei Jahren, in dem wir die Kinder an die Jugendfeuerwehr heranführen wollen. Das machen wir, indem wir für die dritte Klasse einen Brandschutztag organisieren. Wir haben die Schwerpunkte Rauch, Feuer, Löschen und Notruf. Das vermitteln wir den Kindern an diesem Tag. Wir wollen das Ganze auch spielerisch an die Kinder heranbringen. Wir hoffen dann immer, dass durch dieses spielerische die Kinder dann auch Interesse an der Jugendfeuerwehr bekommen. Als das Video dann im Internet war, das war Thema der Schule. Und ja, es waren alle am Voten. Und ja, das ist jetzt das Ergebnis. Das ist echt unglaublich schön. Ein kameradschaftliches Hallo nach Bötersen. Ich bin Stefan Martens, Leiter der Flughafenfeuerwehr in Hannover und möchte euch ganz herzlich für euren Beitrag Ja zur Feuerwehr, euer Einsatz für Niedersachse gratulieren. Neben dem 1.000 Euro Preisgeld möchten wir euch ganz herzlich einladen zu einer ganz besonderen Führung hier bei der Flughafenfeuerwehr. Die Kinder geben uns diese Bestätigung mit ihrem Engagement, mit ihrer Freude, wie sie dabei sind. Aber hier jetzt den zweiten Preis zu bekommen, das ist nochmal eine Bestätigung für unsere Arbeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020